ich habe kein einziges herz verloren mir passiert irgendwie nix ich lass dich vor mal wenn wir zur zweiten rumspringen ich bin einfach die halbe challenge übersprungen in dem ich genau wie du jetzt bin genau wie du aber wenn wir uns jetzt runter holen er hat die checkpoints aufgemacht ich dachte schon hier gibt es schon emeralds das nächste ist bestimmt das bücherregal teil den never go never never was ist das hier mini challenge ist das das läuft ja den never go is the military military job die wohl will ich nicht machen das ist der spiel mal weiß ich weiß ob alle oder anders okay er macht nur acht weiter das ist ein solcher kaya okay von gotter ist in der bühne und das weiß ich not you may get lost in this challenge ja diese erkenntnis habe ich schon getroffen und solche sprünge kann ich nicht okay die mag ich auch nicht super wenn man nix sieht wir aber auch die beide rocken die sprünge ohne scheiß doch kreis sie oh nein jetzt hab ich nix gesehen nein erstmal hier wieder zurückfinden hehehe lol wo muss ich denn ja wir sind schon verloren gegangen hab's gefunden okay wird das schnell hast du auch gefunden ich warte am check mit auf dich das ist ja auch was denn ich bin gegen die wand gesprungen ja scheiße würde ich sagen mach mal weil ich es auch versucht habe einmal zu springen habe ich beim zweiten mal auch gemacht aber dann habe ich es auch geschafft was schon wieder okay mach du mach du du aber nein oh man jetzt bin ich schon wieder verloren hier ich muss einfach nur ganz nach ganz vorne laufen so weiter geht's jetzt lass ich dich einfach mal sie vor ist nicht dasselbe schon wieder passiert also die sind echt schwer gerade nein nein ich warte hier mal auf dich ne okay ich mach weiter locker easy so ne scheiße ach lol die geht ja weiter die challenge pf 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 so nicht abgewöhnt ja sag ich schon so, ist echt und dies, das und Gott, ich schaff das niemals nein, ich wollte doch keinen Doppelsprung machen ich wollte einfach nur ganz normal springen Doppelsprung wär cool naja, du weißt schon, springen, gleich wieder abspringen scheiße, jetzt bin ich gegen ne Wand gesprungen ja, ich bin zweitgesprungen aber jetzt kommt auch gleich ein asozialer wieder ja, ich war schon fast am Ende, glaube ich ich auch Mann, dieser Sprung ist asozial, das ist richtig asozial weißt du, was ich nicht meine? nö durch diese 1x2 Tür also durch diese Tür durch mit dieser Einzelnen in dem Raum und das kenne ich schon, ja, ja ja, da war ich auch schon vorbei ok den habe ich jetzt den zweiten Mann nicht geschafft ja, der jetzt kommt das war ja nicht, ich habe ihn geschafft ok, ich auch boah, dieser Sprung ist voll der Arschlochsprung jetzt steigt die Anspannung nein ich glaube das war der letzte das war der letzte schwierige das sind aber auch Kackspieler ja, wo bist du? verschwunden in den Tiefen der Bibliothek ich weiß nicht, wo es hier zurück geht naja in den Tiefen der in den Tiefen deiner Mom Leute Leute Och mann jetzt kommt wieder dieser scheiß Sprung, von dem du sprichst ja der danach, wie gesagt der ist scheiße Mann, ich krieg den auch nicht hin der ist Dreck dieser um die Ecke aber solche haben wir doch vorher schon gesprungen du hast ihn geschafft, oder was? nö achso, ich dachte wegen diesen yeah ok, jetzt habe ich ihn geschafft ne doch nicht und es geht weiter und weiter es hört einfach nicht auf ich habe es geschafft ich bin jetzt bei einem ach ne, bei einem Labyrinth Labyrinth kommt jetzt äh, ich guck dir mal zu wie du fällst ja gut, die restlichen Sprung ist relativ leicht, muss ich sagen also relativ leicht so, jetzt kommt noch ein schwerer Sprung und dann hast du es der ist noch mal na gut, keine Herausforderung ok, der einzige schwere Sprung war der um die Ecke eigentlich na hier kommt man ja wieder auf die normale Challenge zurück wollen die einen trollen, oder was? ok, ich habe den Weg also ich weiß, wo es lang geht, aber ich habe es nicht ich glaube, das war das Loch ja, ich glaube auch denn jetzt bin ich beim Loch und, geht es da weiter? ja ach, ich glaube hier war es ja, das Loch natürlich es ist leer man, scheiße wie wir es einfach überhaupt nie hinkriegen oah du betätigst ihn jetzt, ok als nächstes kommt Schwamm bestimmt nee, das wäre die Elf als nächstes kommt bestimmt Pilz Slapes nee Slopes, ok Pisten und Schnee was wäre hier hinten? vielleicht das hier wenn es die 9 ist, ja exit wo ist bitte der Anfang? äh hä? es ist Challenge 5 hä? hä, bin ich doof vielleicht hier ich finde mal, lass mich mal hier hingehen hä? nee, Hall of Records warte, ich bin hier los wir müssen hier oben lang ich geh auch mein Creative das ist glaube ich, ähm ähm eh? ich bin hier oben ich bin hier oben